Und da sind wir wieder hier in dem Cruel Tank 2. Wir haben den ersten bereits angemacht und jetzt müssen wir den zweiten auch hochfahren. Ja, ich glaube, das ist so ziemlich ähnlich aufgebaut. Wie die letzte Folge, also wer die letzte Folge gesehen hat, er wird hier ein paar Déjà-vu-Momente viel leicht erleben. Ja, kann diese Folge auch überspringen von mir aus. Ich hoffe, dass die es dennoch nicht gleich aufgebaut haben, ansonsten hätten die es ja auch weglassen können. Ja, wer weiß, einfach um die Spieler zu nerven. Ich bezweifle es stark, denn es ist ja auch so ein Deck, der... Hier gibt es irgendwie keinen Weg nach... Der da ist kaputt. Der ist kaputt, okay. Müssen wir vielleicht nach unten sogar. Wir sind vielleicht, ich bin unsicher. Es gibt hier keinen anderen Weg. Ich sehe keinen. Wir müssen, glaube ich, nach unten. Dann müssen wir vielleicht dann nach da unten. Okay, doch nicht überspringen. Das wird anders. Es wird anders. Das freut mich auch sehr, weil... Ja, ansonsten wäre es ja schwachsinnig. Ah, ins Wasser. Wir müssen ja ins Wasser? Ja, denke ich mal. Okay, dann würde ich sagen... Wie machen wir das dann? Ah, gehen... Kannst mal ins Wasser gehen, Kali. Guck, da unten, unter uns, befindet sich so ein Knopf hinter uns. Ah. Den muss man drücken. Und hier drauf. Hier drauf? Ah, okay. Das hast du ja früher erkannt. Das haben wir schon mal gemacht, oder? Hast du vielleicht ein Display gesehen? Nö. Nö. Das haben wir doch vorher einmal gemacht. In einer früheren Folge. Wenn ich mich nicht irre. Nein, das kommt mir persönlich jetzt nicht so vertraut vor. Ah, du bist doch sofort raufgekommen. Okay, das ist kein Horrorspiel. Anders müssen wir es auch nicht so machen. Vor allem die Fresse. Oh ja. Beleuchtet. Umarmungen. Beleuchtet. Und nochmal. Wir wiederholen uns hier nie. Wir haben auch immer einen anderen Feind und so. Wiederholung. Nö. Gibt's nicht. Bin ich mal froh drüber. Mal speichern und... Ah, äh. Ja, man soll halt aufpassen. Da muss man aufpassen. Wir müssen, glaube ich, auf die Röhre springen, so wie es aussieht. Also der Knopf da unten muss auf jeden Fall gedrückt werden. Aber... Ich speichere einfach mal und bezweifle, dass wir die Röhre benutzen müssen. Okay. Ja. Ja, stimmt. Das hier muss ja wieder dahin kommen. Ja, das muss ja auf, dass das Wasser hineinströmen kann. Dann müssen wir das Ding nach oben. Ah, dann kommen wir nach oben. Da oben ist irgendwo ein Schalter und dann sind wir, glaube ich, fertig. Das... Das geht ja kurz. Das geht ja kurz. Das geht ja kurz und sch... Wow, 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 wow. Natürlich nicht schmerzfrei. Woher... Woher... Wer... Will... Was? Hallo? Ähm, wer ist da? Oh, die Tür geht nicht mehr auf. Typisch. Ah, ne. Nö. Da sieht man sowas einmal und dann... Ja, da unten müssen wir hin. Man wird einfach mal hier... Mensch, das war jetzt aber ein... Alter, ne. Wir brauchen, glaube ich, Maschinengewehr. Oh, oh. Komm näher. Ah, vergessen wir es. Okay, dann wissen wir schon, wo der Schalter ist. Wissen wir was? Ich steig mal wieder auf die hier um. Ah, geht doch schnell. Weil wir bei den anderen anmählich keine Munition mehr haben, deshalb... Wow, was zum Geier. Woher? Von da unten. Die Reichweite reicht, glaube ich, nicht. Doch. Ein Hit. Ach, ja. Vergessen wir den Typen und gehen wir einfach zum Schalter. Jetzt gehen wir einfach mal nach da. Ah, der Schalter dürfte nicht mehr weit sein. Ich speichere mal, beziehungsweise... Hier haben wir gleich mal ein bisschen was... Hätten wir auch jetzt danach speichern... Ah, Mensch. Ich meine, die Festplatte geht dadurch nicht kaputt. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder zu diesem Wissenschaftler, wenn ich mich nicht irre. So, das hier ist fertig. Weil die Munition jetzt sicher gehen. Und jetzt... Ah, Mensch. Muss doch nicht jedes Mal sein. Ist ja richtig, stärker Waffen, nicht, wenn... wenn die mal trifft. Ja. Halt's aber ordentlich was aus. Das Gute ist, man kann ja einfach drauf losschießen. Und wie kommen wir zurück? So, äh, frage ich mich gerade eben auch, wie wir zurückkommen. Durchs Wasser, denke ich mal. Durchs Wasser, wird's wirklich? Ob das auch... Hm. Ich hätte gedacht, dass es jetzt eine Alternativroute gibt, aber... Sieht nicht so aus. Ja, leider. Achso, okay. Ich verstehe. Wir müssen tauchen. Ja, wir müssen da tauchen. Ich sehe keinen anderen Weg. Okay, dann speichern wir hier. Und frage ich mich gerade, wohin wir dann tauchen müssen. Ja, dahin, wo wir herkommen waren. Das frage ich mich gerade halt eben. Oh, oh, oh. Weil von hier kommen wir nicht her. Von der anderen Seite. weiter nach unten, denke ich. Hm. Irgendwie kam er doch da rein. Ach, das Ding ist verschlossen. Achso, okay. Achso. Wir haben gesagt, wir müssen einem noch einen Weg finden. Das übersieht man nicht. Ja, mit der Zeit brauchen wir ja dafür ein Auge. Ja, genau. Einfach mal hier speichern und sich fragen, wie wir wieder zurückkommen. Gehen wir nach oben. Stimmt, oben. Ja, stimmt. Jetzt sind ja diese Türen offen. Bevor er sich umdrehen konnte. Wow. Okay. Es sind doch Beamen, die dieses Ding abfeuern. Also, Bzzz. Und wir kommen hier hin. Ich freue mich. Wo sind wir jetzt? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal hoch oder runter. Oder? Wunder? Autsch. Alter, nee. Ich gehe einfach wieder zurück. Wieso? Es gibt keinen Weg zurück. Was? Ich dachte, das wäre... Nein. Wir müssen doch... Wieso gehst du zurück? Wir müssen doch wieder in diesen einen Raum... Ja, das ist der Weg zurück. Das ist der, ne? Ja, wir sind hier hingekommen. Ja, stimmt. Ach, Mensch. Die Monster zeigen uns, dass wir hier richtig sind, weil... Danke für die Wegweise. Wenn keine spawnen, dann sind wir irgendwie falsch. Wir müssen irgendwie nach unten kommen. Dann fangen wir nach unten. Hm. Hm. Dadurch? Dadurch sind wir gerade nach. Ne. Dann, ähm... Gibt es hier irgendwo eine Treppe oder irgendwas? Leiter nehme ich einmal wieder. Der Leitereffekt. Ich glaube, die ist mal ein bisschen runterspringen. Ja. Geschafft. Jöhöh. Perfekt. So, dann nach hier. Und... Hat er sich nicht festgehalten? Ja. Nicht neues Spiel. Was? Wollen wir jetzt nicht neues Spiel anfangen? Wenn überhaupt die Option in dem Pause-Menü im Spiel reingemacht ist, finde ich auch ne zu tolle. Ja, neues Spiel? Da müssen wir ein Spiel laden, dann machen wir auf einmal ein neues Spiel. Ist ja super. Okay, dadurch ist... Vielleicht, äh... ... das große Tor. Da sind wir hergekommen. Und... Die Liane haben wir auch wieder vergessen. Ah, ja. Da sind wir hergekommen dadurch. Wir müssen die gemütlichen Weg hier. Der ist ja lustig, der Weg hier. Ja. Oh, äh... Ja, stimmt. Das ist zwei an dieser Stelle. Levelabschnitt. Wir brauchen hier noch Schild, glaube ich. Ich glaube, hinter dem Generator da, das sich da dreht... Das ist, glaube ich, Schild. Habe ich irgendwo mal gehört. Alter Mist. Ja, okay. Kannst du mal hinter dem Generator nachschauen? Ah, wer sagst du? Bisschen Schild? Bisschen Schild? Bisschen... Ne, nur ein bisschen Schild. Ne, sie müssen wieder nach oben laufen zum Prof. Zum Prof. Es war... Äh... Ja. Ja. War ja schon... Ein, zwei Folgen her. Nicht da. Da, da, da. Und jetzt dürfen wir hier rein und mit an. Ja. Nein. 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 Autsch. Der Prof, der... Der Typ ist... War auf der anderen Seite. Mh... Das kann doch nicht wahr sein. Weiter, 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 weiter. Oh Mann. Ich hasse die Dinger. Ah, da spawnen noch die... No. Alter. Wie viele kommen noch? Oh. Nicht das Gefühl, dass wir hier verweiden sollen. Oh. Ah. Drei Hate Points. Oh Mann. Ist denn viele Sternen her? Nein. No. Oh, Luft. Ah. Wir müssen ja viele Sternen her. Vielleicht... Wir brauchen Luft. Müssen wir das hier drücken? Oh. Was sag ich? Übersättigungsproblem. Haha. 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 Ah. Na, konnten wir nicht genug Wasser haben. So, jetzt runter, da. Runter, runter. Nöpka. Da runter kann man glaube ich auch nicht. Wir müssen da diesen Kopf drücken in der Mitte. Was auch immer der bewirkt. Da durch. Oh, oh. Okay, jetzt müssen wir hier durch. Komm schon. Alter, der Sauerstoff... Alter, das ist wieder knappe Geschichte. Mach schnell Late-Daten. Die Luft ist knapp. Schnell Late. Ich kann nicht mehr ab. Und so endete das Let's Play vorhin damals. Nein, nicht nach unten. Komm, komm. Ich glaube wir müssen runter und wieder tauchen. Ja. Weiter tauchen. Ja. Einfach mal hier einen Speicherpunkt. So, dieser Gang hier ist kurz. Ach. Und wo sind wir denn hier? Sieht so ein bisschen aus wie diese eigene Straße. Von Anfang. Von ganz Anfang. Also von dieser... Ja, das heißt... Das tolle Ding, was das Ganze verursacht hat. Das Ding da ist. Das war diese Provergenz-Geschichte. Versuch mal einfach mal hier zu speichern und... Und? So da drauf? Dann noch da, dann was ich nach... Auch. Okay. Sehr geschickt. Brauchen wir vielleicht nochmal später. So. Würde ich sagen... Treppe rauf. Äh, Leiter rauf. Dann geht's hier nach oben. Dann geht's hier nach oben. Ah, da. Und? Und... Da ist vorhin wieder Monster. Ach, Mensch. Hier haben wir echt kaum noch nichts hier oben mehr. Bei den ganzen... Ja, wir sollten immer dieses Tierchen da benutzen. Da hab ich keine andere Wahl. Oder hier sind wir hochgekommen. Dann... Bedeutet das, wir müssen irgendwo weiter nach oben. Hm. Da. Und wo da... Da sind wir ja vorhin vorbeigelatscht. Haben wir einen Rundgang gemacht. Die Folge will zu Ende sein. Dann würde ich sagen... Ja, das reicht, glaub ich. Ja. Wir haben jetzt... Wir haben jetzt... Also, immer wenn wir die Folge beendet haben, passiert was. Aber die Leiter nach oben geht auch in die nächste Folge. Und bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.